Was wir ganz gerne machen, ist auch wissenschaftliche Erkenntnisse einzustreuen. Und das sind dann praktische Erkenntnisse, wie zum Beispiel eine wissenschaftlich fundierte Atemübung. Und da geht es darum, wirklich mal aktiv 5 Sekunden einzuatmen, 2 Sekunden innezuhalten und 7 Sekunden auszuatmen. Das hat sich gezeigt, dass das die Entscheidungsfindung verbessert und den Stress sehr schnell reduziert.